Wir sind hier auf einem Bootschiff auf dem Roten Meer in Ägypten und wir fahren jetzt, schwimmen jetzt oder wir gehen jetzt schnorcheln. Wir fahren zu den Beinriffen und dann schnorcheln wir. Ja genau. Und später gehen wir dann auch noch möglicherweise zu einem Riff, wo es vielleicht eine Länge gibt. Vielleicht, man weiß es nicht.